Wir sind alle in Position. Gutmann zum ersten Rennen in Angriffsposition an der 600-Meter-Marke. Die Pferde sind im Einlauf. See the Moon an der Innenseite. Vorne vor, Neen-Fea. Dahinter versucht es an der Außenseite der Schlender. Anna Skianek-Teddy an der Spitze, aber See the Moon. See the Moon ist vorne vor, Neen-Fea an der 400-Meter-Marke. See the Moon vor, Neen-Fea. An der Außenseite versucht es. Skianek-Teddy, aber Neen-Fea und See the Moon bleiben weiter vorne. Neen-Fea und See the Moon. See the Moon ist knapp im Vorteil. See the Moon ist vorne vor, Neen-Fea. See the Moon, See the Moon kann ich jetzt lösen im Handgalopp. See the Moon, See the Moon auf den letzten 100 Metern. See the Moon wird hier ganz deutlich gewinnen. See the Moon gewinnt. Dahinter dann Neen-Fea auf dem zweiten Platz vor, Goldbraith und Skianek-Teddy. Dahinter dann Baraka und Anna-Tina. Es ist wieder geschlossen. Und jetzt sind die Boxen auf für den Frühjahrspreis des Bankhauses Metzler an der 2000-Meter-Marke. Abendwind hatte gleich den besten Start, übernimmt sofort das Kommando. An der Innenseite sehen wir Lindaro mit in vorderster Linie. Der macht Boden gut, geht aber natürlich weite Wege. Es geht in den Einlauf hinein und vor allen Dingen auch Karl Theodor kommt besser in die Partie. Die Zielgerade ist in diesem Moment erreicht Rosenkönig mit Karl Theodor. Dahinter an der Außenseite Giuliani. Abendwind sucht sich die Lücke. See the Moon aber marschiert. See the Moon, außen kommen Abendwind. Innen Karl Theodor und noch weit außen Giuliani. See the Moon, Abendwind versucht. Es kommt heran. See the Moon vor Abendwind. An der Innenseite Karl Theodor. See the Moon, der marschiert immer weiter vor Abendwind. An der Innenseite Magic Artist. Aber See the Moon und Andreas Helfenbein, die gewinnen gegen Abendwind. Und dahinter ist es Magic Artist for Born to Run. Karl Theodor Giuliani, Rosenkönig, Lindaro. Die gelbe Fahne geht hoch und boxen auf zum 179. Oppenheim Union-Rennen. An der 2200-Meter-Marke geht das Feld auf die Reise. See the Moon an der Innenseite. Knapp ein Vorteil vor Jans Caldron. Unter dem Beifall des Kölner Publikums geht Harzhofer zu Rackhorn. Und am Ende des Feldes Open Your Heart. Jetzt geht es in den Einlauf hinein. 600 Meter sind es noch. See the Moon an der Spitze. See the Moon vorne vor Jans Caldron. Der macht noch einen guten Eindruck. Und an der Außenseite kommt der Vollsturz jetzt von Rapido. Jans Caldron und Rapido jetzt an der Seite von See the Moon. See the Moon noch knapp im Vorteil. See the Moon in der Innenseite. Kommt jetzt aber auch Swalkadelic. Swalkadelic wird stärker. See the Moon und an der Außenseite dann Rapido mit Jans Caldron. Die haben sich ein bisschen in die Quere kommen. Aber See the Moon ist vorne. See the Moon an der Außenseite. Da geht es ein bisschen durcheinander. See the Moon an der Außenseite vor. Swalkadelic und Rapido. Aber See the Moon. See the Moon gewinnt das Rennen. See the Moon marschiert ins Derby. Die dahinter dann auf dem zweiten Platz wahrscheinlich Rapido. Und Boxen auf zum ID. 145. Deutschen Derby. An der 2400 Meter Marke muss sich natürlich das Feld zunächst einmal formieren. Karl Theodor geht an die Spitze. Das Pferd mit dem Bodenblender. Dahinter dann Lucky Lion an der Innenseite. Gleich in vorderer Linie. Dann Amazonid mit Wildcheap. An der Außenseite gleich See the Moon mit den vorderen Linien. See the Moon mit Karl Theodor. So geht es gleich in den Wandsbeckerbogen hinein. Karl Theodor mit See the Moon an der Spitze. Dahinter Lucky Lionel in dritter Position vor Wildcheap. Dann sieht man an der Innenseite Speedy Approach vor Amazonid. Dahinter dann Jeffrey Chaucer. Dann folgt an der Innenseite daneben dann auch Baltic Storm. Vor an der Außenseite John Scaldron. Russian Bolero Weltmacht. Vor an der Innenseite dann auch Madurai mit Sworkadelic. Dahinter sieht man dann auch Erik vor. Letztes Pferd ist Open Your Heart. So geht es hier die Gegenseite hinein. Und an der Spitze ist See the Moon, der große Favorit dieses Rennens mit Christophe Soumyon. Dahinter dann Erik in zweiter Position vor Wildcheap. Tolle Bilder jetzt hier aus der fahrenden Kamera. Dann ist auch Baltic Storm mit dabei. Ganz an der Außenseite James Cauldron. An der Innenseite dann Speedy Approach. So sind die Pferde Mitte der Gegenseite. Und See the Moon weiter an der Spitze mit zwei Längen. See the Moon führt. Dahinter ist Wildcheap in zweiter Position. Erik ist dicht auf. Dahinter sieht man dann an der Außenseite auch Jeffrey Chaucer kann aufrücken. Weiter an der Innenseite Speedy Approach. So geht es durch den Hornerbogen, durch den Schlussbogen. Und jetzt sind es noch etwa 800 Meter bis zum Zielpfosten. Aber See the Moon unverändert an der Spitze mit Wildcheap außen daneben. Erik ist mit dabei. Jeffrey Chaucer lässt sich anfassen. John Scaldron ebenfalls Speedy Approach. Schlüpft an der Innenseite durch. Aber See the Moon ist vorne. See the Moon und Christophe Soumyon, der drückt jetzt ein bisschen. See the Moon wird jetzt nach außen beordert. See the Moon auf dem guten Geläub. Ganz an der Außenseite ist an der Spitze. See the Moon ist deutlich voraus. See the Moon an der Innenseite kommt der Vollschluss von Wildcheap. Aber an der Spitze ist an der Außenseite. See the Moon. See the Moon. Der Mond geht auf. Der Mond geht auf. Der Mond geht auf und davon mit Christophe Soumyon. See the Moon. Der Mond ist aufgegangen. See the Moon gewinnt ganz, ganz überlegen. Das deutsche Derby. Dahinter dann Lucky Line vor Wildcheap. Und dahinter Open Your Heart in einem tollen Schluss-Akkor. Und dann war auch Erik mit dabei. Ja Mensch, das ist sicher. Und dann war auch Erik mit dabei. Und dann war auch Erik mit dabei. Und dann war auch Erik mit dabei. Vielen Dank.